EBITRIF 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 bietet ein großes Spektrum an Montagelösungen. Wir haben viele Minigräne bis zu 10 Tonnen, wir haben viele Sauganlagen, über 50, 60 Sauganlagen in der Vermietung bis zu 6 Tonnen Traglast. Wir haben verschiedene kleinere mittlere Hebegeräte bis zu 300 Kilo, bis 500 Kilo, bis zu einer Tonne oder verschiedene Montagelifte bis zu einer Hubhefe von 7,90 Meter, wo wir ohne weiteres Scheibenüberkopf setzen können. Wir bieten Montagelösungen, wir sprechen mit dem Kunden und bieten ein Angebot an, das praktikabel, effizient und durchsetzbar ist. Ob der jetzt ein Minigran braucht, ob der eine Sauganlage braucht oder ob der eine Gerätebedingung dazu braucht. Wir bieten ihm eine Lösung an, um seine Scheiben zeitnah, kompetent und in kurzer Zeit zu montieren. Unsere technischen Berater beraten den Kunden auf seine spezielle Situation hin. Wir bieten ihm Lösungen mit unserem Equipment, mit unserem Know-how just in time. Wir stellen die richtigen Fragen, bündeln die Anfragen zu einem Angebot zusammen. Sollte etwas Unsicherheit beim Kunden entstehen, dann würden wir natürlich auch dazu einladen wollen, dass er bei uns eine Vorführung bekommt, beziehungsweise ist es oft auch so bei Großprojekten, dass wir eingeladen werden zu einer Vorführung bei einem Mock-up. Die Architekten und die Planer, genauso auch die Kunden, wollen mehr Transparenz erzeugen und die Transparenz wird in großen, flächigen Scheiben besser dargestellt als an einfachen, vielen kleinen Scheiben, um möglichst viel Fläche zu erzeugen, um möglichst Durchsicht für den Kunden darzustellen. Zum Beispiel im Retail-Store in Dubai werden sehr große, 14 Meter hohe Scheiben eingesetzt, dass der Kunde nicht nur in dem Shop drin stehen kann, sondern auch draußen steht und sehen kann, was da drin passiert. Und dafür bietet Helvetrive die entsprechenden großen Anlagen, um dem Markt etwas voraus zu sein und entsprechend zeitnah die Anlagen vorrätig zu haben. Die aktuellen Innovationen sind bei uns diese Großanlagen, die bis zu sechs Tonnen Frontscheibenverglasung, beziehungsweise Finscheiben bis zu 16 Meter Höhe. Die Geräte haben einen sehr kompakten Aufbau, sehr, sehr einfache Bedienung. Da wird die Montage durch diese Geräte unheimlich kosteneffizient abgewickelt. Die Geräte kann in der Regel jeder bedienen. Wir stellen die Anlagen so her, ob das in der Vermietung oder im Verkauf ist, dass die Anlagen praktikabel sind, in wenigen Schaltern, die man bedienen muss, oder Fernsteuerung, sind die Anlagen leicht zum Handeln. Aber es hat sich aus der Praxis herausgestellt, bei diesen Großanlagen ist es sinnvoll, einen Gerätebediener mitzumieten, da der einen riesen Know-how-Vorsprung gegenüber diesem Kunden hat und ihm auch richtige, zeitnahe und effektive Montage bieten kann. Die Heavy Drive Geräte sind global im Einsatz, der Kunde bestimmt das Ziel. Wir liefern die regional aus mit unseren eigenen LKWs, zum Beispiel Frankfurt, Berlin, Hamburg, europaweit gehen wir bis zu Paris, London, Bukarest beispielsweise und weltweit bis nach Dubai, St. Petersburg, nach Salt Lake City, New York, Washington, Astana, Kasachstan. Der Kunde stellt eine Anfrage, ob das ein Fax oder ein E-Mail ist oder einfach ein Telefonanruf. Daraufhin werden wir sofort als technischen Berater im Büro reagieren und ihm eine Lösung bieten, was er am effektivsten einsetzen kann, um seine Scheiben letztendlich zu montieren. Diese Daten werden in einem Angebot gebündelt, kommt es anschließend zu einem Auftrag, wird die ganze Sache abgewickelt, dabei ist drin die Geräte mit oder ohne Bediener, die Verpackung und die Frachtlogistik weltweit. Heavy Drive liefert weltweit aus. Es ist immer ein logistischer Aufwand erforderlich und vorher werden viele Fragen gestellt, will der Kunde eine Seefracht oder eine Luftfracht haben. Entsprechend werden auch Transportkisten gebaut, um das richtige Equipment sicher und zeitnah inklusive Verzollung und Logistik an Ort und Stelle zu bekommen. In Zukunft werden natürlich die Anlagen weiterhin wachsen. Wir werden weiter expandieren, wir werden unser Spektrum ausbauen. Bei unseren mittleren Hebegeräten bis zu 500 Kilo werden wir auf jeden Fall bis zu einer Tonne oder 1,4 Tonnen wachsen. Auch bei diesen Minikränen und Montagespitzen und Manipulatoren werden wir auf 2,5 bis 3,5 Tonnen wachsen. Bei den größeren Hebegeräten haben wir mittlerweile eine Sauglänge von 18 Meter erreicht. Wir können bis zu 20 und 24 Meter Scheiben setzen. Wir können bis 6 Tonnen heben, aber wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr auf 10 Tonnen wachsen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.